Wer kann das Aufstiegs-BAföG nutzen? Die Förderung ist an keine Altersgrenze gebunden. Einen Antrag stellen können alle, die die Voraussetzung für eine entsprechende Prüfungsordnung für eine Fortbildung erfüllen. Auch Personen, die bereits über einen Bachelorabschluss oder einen vergleichbaren Hochschulabschluss verfügen, können vom Aufstiegs-BAföG profitieren. Die Förderung beantragen können auch diejenigen, die ihr Studium nicht abgeschlossen haben und diejenigen, die über die erforderliche Berufspraxis verfügen, aber keinen Erstausbildungsabschluss haben. Darüber hinaus haben Ausländerinnen und Ausländer, die dauerhaft in Deutschland leben, gute Chancen, das Aufstiegs-BAföG zu erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017